Rose Fröhlich, echter Patientenfall, jetzt seid ihr gefragt. Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistente mit Kassenzulassung in eigener Praxis und zwar zum echten Patientenfall zurück. Ich würde gerne Videos machen mit Fragestellungen aus eurer Richtung. Also ihr wart ja vielleicht an irgendeiner Stelle auch mal zum Thema Ernährung vielleicht unterwegs, habt eine Frage gesucht, habt eine Antwort, eine Frage gehabt, habt eine Antwort gesucht. Schreibt mir doch einfach mal gerne, was ihr an Videos gerne haben wollt, welche Themenbereiche euch interessieren. Ich würde mich sehr darüber freuen sozusagen eure Ideen aufzugreifen und die dann natürlich auch mit einem Video zu beantworten. Also alles rund um Ernährung, da ich Diabetesberaterin bin, können wir natürlich auch zum Thema Diabetes gucken, wenn Fragestellungen sind, Bluthochdruck, Unverträglichkeiten, Laktose, Fruktose, Histamin, jemand hat Bauchschmerzen, jemand hat unklaren Husten. Ihr habt einen Fall vielleicht in der Familie. Ihr müsst ja nicht sagen, wer es ist, sondern es geht ja nur um die reine Thematik der Fragestellungen oder die Diskussion von irgendwelchen Mythen. Hat eine Banane immer noch so viel Zucker? Darf ich sie deshalb nicht essen? Oder ich höre immer wieder das Thema Weintrauben. Soll man ja nicht essen, die Orange wäre besser wegen des Zuckers. Also schreibt mir mal in die Kommentare, was euch alles so zur Ernährung bewegt. Und ich freue mich auf euch. Ganz liebe Grüße, eure Sandra. Also echte Patientenfälle. Heute sozusagen mit der Fragestellung von euch. Ich freue mich auf euch und habt alle einen schönen Tag und vielen Dank.